Hey, was geht ab? Hier ist Tim. Heute geht es um meine Top 10 Buchempfehlungen, die ich für euch habe. Jedes Buch findet ihr unten in der Beschreibung nochmal, da könnt ihr es euch direkt besorgen. Die Bücher sind aus verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Verkaufen, sei es dem Flirt-Bereich, um Persönlichkeitsentwicklung, was spirituell ist, also aus vielen Bereichen, die mit wie flirte ich besser, wie lebe ich besser, wie entwickle ich mich weiter, wie entwickle ich mich auch spirituell weiter. In diesem Bereich werden viele von den Büchern sein und das sind einfach, ich habe gigantisch viele Bücher gelesen, gerade in letzter Zeit und ich habe einfach mal die 10 rausgesucht, die wirklich meiner Meinung nach die Bücher sind, die jeder mal gelesen haben muss und ich werde euch auch erklären, warum. Viel Spaß dabei. Nummer 10 und das einzige Buch auf der Liste, das mit Frauenverführen zu tun hat, ist Models Attracting Women Through Honesty. Und Models ist ein geniales Buch. Models, darin geht es einfach, wie du dadurch, dass du wirklich ehrlich aussprichst, was du denkst, ehrlich aussprichst, warum du da bist, eine wirklich sehr ehrliche und authentische Art und Weise die Frau anzusprechen. Und das Buch erklärt dir auch, warum es in Ordnung ist, zu all diesen Sachen, die du da ehrlich ausdrücken sollst, zu stehen. Das ist das Tolle an diesem Buch. Es gibt halt keine Tricks oder irgendwelche Taktiken, sondern wirklich nur dieses Encouragement, also diese Bestärkung für dich, dass du ehrlich sein sollst und wie das genau aussieht, das zeigt dir das Buch auch ganz genau. Ein super Buch, wenn du auf ein fortgeschrittenes Level willst, was das Flirten angeht. Wenn du so ein bisschen die Techniken und die Taktiken drauf hast und so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen am Anfang des Prozesses und wenn du danach einfach aufs nächste Level willst und das Ganze wesentlich authentisch und wesentlich auch besser für dich vom Gefühl her machen willst, Models Attracting Women Through Honesty, das Buch bringt dir bei, wie du authentisch und ehrlich in dieses Thema Flirten einsteigst oder damit weitermachst. Die besten Empfehlungen auf der ganzen Liste, was das Thema Flirten angeht, meine Nummer 10. Die Nummer 9 ist ein Klassiker und war auch schon auf meiner alten Liste, nämlich 7 Habits of Highly Effective. Leute, people, 7 Habits of Highly Effective, hier bin ich meine Nummer 9. Ein Buch, das aufgeteilt ist in 6 Kapiteln und wo es einfach darum geht, 6 Gewohnheiten, die sehr erfolgreiche Menschen, und erfolgreich kann ja jetzt alles mögliche bedeuten, erfolgreich eben, was für dich erfolgreich bedeutet, ein Buch über diese Habits, die sehr erfolgreiche Leute haben. Da geht es halt darum zum Beispiel, dass du dich darauf konzentrierst, nur darauf Einfluss zu nehmen, wo du auch wirklich Einfluss drauf hast, also dich nicht auf Sachen zu konzentrieren, wo du keinen Einfluss drauf hast. Da geht es auch zum Beispiel darum, wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, wie das effektiv funktioniert, wie man seine Zeit managt und wie man es auch schafft, dann dem anderen zuzuhören, den anderen zu verstehen und auch eine perfekte Zusammenarbeit zu machen. Es geht also im ersten Teil des Buches darum, wie bin ich am effektivsten mit mir selbst, wie schaffe ich es, mich selbst sozusagen zu meistern. Und im zweiten Teil des Buches, das ist das Schöne dran, wenn du den ersten Teil gehabt hast, dann kannst du ins zweite vorstoßen und da geht es dann darum, wie kann ich die Kommunikation mit anderen meistern und aufs nächste Level bringen. Deswegen meine Nummer 9, super Buch, 7 Habits of Highly Effective People. Nummer 8 ist Slight Edge oder The Slight Edge. Das ist ein ganz tolles Buch, was einen der natürlichsten Prozesse, was Entwicklung angeht, auf eine unglaublich motivierende Art und Weise beschreibt. Natürlich ist es einfach so, wenn wir in einer Entwicklung stecken, dann ist es immer ein Schritt nach dem anderen, jeden Tag einen kleinen Schritt und irgendwann haben wir es dann geschafft und haben so ein Ziel erreicht. Und dieses Buch schafft es unglaublich gut und motivierend darzustellen, warum es ganz einfach ist, jeden Tag diesen kleinen Schritt zu gehen. Es bricht einfach diesen ganzen kompletten Prozess. Nehmen wir mal an, du willst ein Studium bestehen, das sind drei Jahre und dieses Buch schafft es, diesen Prozess in diesen kleinsten Bestand herunterzubrechen und dir zu erklären, warum es so einfach ist, dich für einen Tag für eine halbe Stunde zum Beispiel zum Lernen hinzusetzen. Das Buch bricht unglaublich gut diesen Prozess herunter und motiviert unglaublich gut und schafft es einfach, die Angst zu nehmen vor einem unglaublich langen Prozess, in dem man nicht weiß, ob man ihn zum Beispiel auch bis zum Ende durchziehen kann. Deswegen, wenn du eine große Aufgabe vor dir hast, wo du weißt, okay, das wird ein langer Prozess mit kleinen Bausteinen, die Slide Edge, ein super Buch, meine Nummer 8. Nummer 7 ist die Macht der Disziplin. In dem Buch geht es darum, wie wir mit einem begrenzten Maß an Willenskraft ausgerüstet sind, jeden Tag und was wir machen, um diese Willenskraft zu verbrauchen. Ich habe es letztens zum Teilnehmer erklärt, dass wir einen Tank voller Willenskraft haben und wenn wir uns morgens schon entscheiden müssen, stehen wir jetzt auf oder stehen wir nicht auf, was essen wir jetzt, essen wir jetzt was Gesundes oder doch was Ungesundes, dann ziehen wir eben Energie aus diesem Willenskraft-Tank und am Ende des Tages, wenn wirklich zum Beispiel die richtig wichtigen Entscheidungen kommen, wie gehe ich jetzt nach draußen, spreche ich die Frau an oder mache ich jetzt noch das, lerne ich jetzt noch fürs Studium, haben wir vielleicht schon gar keine Willenskraft mehr, um uns für das Richtige zu entscheiden. Und dieses Buch zeigt einfach wunderbar, was man beachten soll, wenn man seinen Willenskraft-Tank über den Tag optimal nutzen will und wie man es auch schafft, den besser zu nutzen und auch noch mehr Willenskraft zu bekommen. Deswegen meine Nummer 7, geniales Buch. Die Willenskraft, nee, sie macht eine Disziplin, genau, meine Nummer 7. Meine Nummer 6 sind 5 Dinge, die Sterbende bereuen, bevor sie sterben. Nein, Sterbende bereuen, die Sterbende bereuen allgemein. 5 Dinge, die Sterbende bereuen. Da geht es einfach darum, dass eine Frau, die Sterbebegleiterin war für eine ganz lange Zeit in ihrem Leben, erzählt, wie sie so die letzten Tage mit den Leuten, die gestorben sind, unter ihrer Pflege verbracht hat. Und die haben ihr erzählt, worauf es ankommt im Leben. Und dann fasst sie so zusammen, was sie von diesen ganzen Leuten, die sie begleitet hat, gelernt hat. Und das sind 5 große Dinge, die sie einfach näher bringt. Aber auf so eine tolle Art und Weise. Man ist so dabei, weil man mitfühlt mit diesem Sterbeprozess. Und sie erzählt das so emotional und so gut und bringt dabei noch diese 5 wertvollen Lektionen rüber, die ja die Sterbenden mitgegeben haben. Und ich glaube, es ist unglaublich wertvoll, wenn wir uns angucken, okay, was können uns Leute sagen, die schon am Ende des Lebens angekommen sind? Was ist wichtig? Weil die wissen das eigentlich schon. Die sind schon durch diesen ganzen Prozess durchgegangen. Und ich glaube, wir richten auch den Fokus viel zu selten auf die älteren Leute in unserer Gesellschaft, um von denen auch Wissen zu erhalten. Weil die haben das alles schon hinter sich. Die haben das schon durch. Die sind der Prozess schon komplett durchgegangen, den man Leben nennt, über den wir Informationen haben wollen. Deswegen ein geniales Buch. Toll geschrieben, emotional, viel Informationen dringend. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. So, meine Nummer 5 ist The Truth von Nils Strauss. Nils Strauss hat schon The Game geschrieben, wo es um Pickup ging. Und in The Truth geht es um Beziehung. Er hat also dieses Pickup-Ding gemacht, hat es hinter sich gebracht. Und jetzt geht es um die Beziehung. Und die Art, wie Nils Strauss Bücher schreibt, ist genial. Man lernt viel aus den Büchern und die sind unfassbar unterhaltsam. Er schreibt es natürlich in einer Geschichte, in einer Geschichtenform, die er selbst erlebt hat. Also so ein bisschen autobiografisch. Und er schreibt es so interessant und es ist so tief. Also es geht auch, ich habe das Wort dafür vergessen, aber es geht sehr tief in seine eigene Psyche. Er erzählt von seinen Gedankengängen und was ihm passiert ist. Und dann sind auch spannende Sexgeschichten bei, was er Verrücktes erlebt hat. Liest sich wie so ein ganz krasses Abenteuerbuch. Und dabei lernt man noch richtig viel über Beziehung. Ein geniales Buch. Ich würde The Game und The Truth beide jedem empfehlen. Nils Strauss hat das super geschrieben. Beides auf jeden Fall lesen. Aber The Truth auf jeden Fall meine Nummer 5 auf dieser Liste. Nummer 4 ist Awaken the Giant Within von Tony Robbins. So, Awaken the Giant Within ist ein sehr langes Buch, wo man sich wirklich auch teilweise durchkämpfen muss. Aber Awaken the Giant Within ist eins dieser Bücher. Und das sind für mich jetzt alle Bücher, die jetzt kommen, sind deswegen auf den Forderungen plätzen, weil sie diese eine Fähigkeit haben. Nämlich wirklich eine Veränderung durchzuführen sozusagen. Alle anderen Bücher waren alle sehr unterhaltsam und waren toll und man hat viel gelernt. Aber diese Bücher haben sofort etwas verändert. Und bei Awaken the Giant Within schafft es halt Tony, also er zeigt dir einfach, was die Sachen sind, die dich davon abhalten, zum Beispiel aufs nächste Level zu kommen. Was die psychischen Prozesse sind, die problematisch sind. Und er arbeitet dann auch wirklich mit Aufgaben im Buch, die du dann selbst nachmachst. Er arbeitet dann mit dir, wie du einfach darüber hinaus kommst. Und er lässt dich erkennen, was dich bis jetzt immer aufgehalten hat. Ist wie gesagt ein klotzlanges Buch. Aber es lohnt sich so sehr und es macht Spaß vom Anfang bis zum Ende. Mein Platz Nummer 4, Awaken the Giant Within. Für jeden, der das Gefühl hat, der will aufs nächste Level in was auch immer. Geniales Buch, auf jeden Fall besorgen. So, Nummer 3. Und jetzt wird es nur noch spirituell, denn das sind die besten Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe. Nummer 3 bekommt jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Das war in meiner letzten Liste auf Platz 1. Mittlerweile hat sich das geändert. Jetzt ist deswegen ein geniales Buch. Und es könnte sich auch die anderen beiden, also den ersten Platz könnten sich all diese drei Bücher jetzt teilen, die jetzt kommen. Jetzt die Kraft der Gegenwart ist deswegen so toll, weil du das Buch liest. Und während du, das ist das Einmalige an diesen Büchern, die jetzt kommen. Vor allem den ersten, vor allem den beiden Büchern von Eckhart Tolle. Du liest dieses Buch und er redet über die, über das im Jetztsein. Er redet über Präsenz und über Gegenwart. Und während du das liest, wirst du präsent. Und das ist der Zauber an diesem Buch. Er stellt in dem Buch ein Konzept vor und er stellt es dir nicht intellektuell mit Worten vor. Das macht er auch. Aber während er das macht, zieht er sich in diesen Jetzt-Zustand. Während er das macht, kommst du in diese Bewusstheit. Und er zeigt dir quasi als Erfahrung, wovon er das schreibt, nicht nur als Wörter. Das Buch schafft es, das Ganze als Konzept zu beschreiben und gleichzeitig dich trotzdem in diese Realität zu ziehen, was es eigentlich bedeutet, dieses Konzept hinter den Worten. Das ist unglaublich. Also du liest dieses Buch und danach bist du richtig so entspannt im Jetzt. Du bist anwesend in der Gegenwart. Es ist so ein machtvolles Buch und ich habe es bestimmt fünf oder zehn Mal gelesen und ich würde es noch 20 Mal weiterlesen. So ein geniales Buch jetzt von Eckart Todi. So, meine Nummer zwei hat ein Buch bekommen, das habe ich vor kurzem erst gelesen, nämlich Mut von Osho. So, Osho, das ist wieder was fernöstliches Spirituelles. Und in dem Buch geht es einfach darum, da ist dieses Konzept des Bewusstseins, des im Jetztseins auch mit enthalten, wie in den Eckart-Toli-Büchern. Aber Mut ist noch ein bisschen mehr angesiedelt, dass man da mehr mit connecten kann. Also mehr für die westliche Welt auch. So, und im Mut geht es einfach darum, wie wir unser Leben viel aus Angst leben und wie wir unser Leben mutiger leben können und was wir davon alles haben. Ein wunderbares Buch, was aber glaube ich auch deswegen so gut ist, weil es mir persönlich so resoniert hat. Weil der Osho erzählt immer davon, wie viele ihm gesagt haben, dass er das machen soll, dass er dies machen soll, dass er sich gedacht hat, nein, ich muss das überhaupt nicht machen, und ich kann mir das auch selbst aussuchen. Ein Buch, was unglaublich dazu inspiriert, seinen eigenen Weg zu gehen und mal zu überlegen, okay, sind die Sachen, die ich bis jetzt gelernt habe, Sachen, die ich eigentlich vertrete oder wurde mir das einfach nur so beigebracht? Osho, Mut, meine Nummer 2. Und wenn ich ganz ehrlich bin und jetzt überlege, könnte man es fast mit dem Jetzt tauschen, dass es jetzt an Nummer 2 kommt, aber die beiden tun sich halt nicht besonders viel. So, jetzt kommt das beste Buch, was ich bis jetzt gelesen habe. Also es ist wirklich das beste Buch, was ich bis jetzt gelesen habe. Es ist wieder von Eckart-Toli und zwar ist es A New Earth. A New Earth ist im Grunde das gleiche wie jetzt, die Kraft der Gegenwart, das Buch von Platz 3, aber doch noch besser, weil es macht das Gleiche, es beschreibt das Konzept und es zieht dich in die Gegenwart, aber es ist noch besser, ja, es beschreibt es noch besser, das Buch ist besser geschrieben. Der Effekt ist größer, dieses in die Gegenwart kommen, dadurch, dass du das Buch liest. Das Buch macht alles, was jetzt macht, nur noch mal besser. Und diese beiden, also das ist eine kranke Scheiße, ich habe dieses Buch hier, dieses New Earth, habe ich hier liegen und ich habe es aus den USA bestellt, so und da stand drauf, dass es ein Mangelexemplar ist und es kostet 1,90 Dollar. Und da habe ich mir tatsächlich überlegt, diese 1,90 Dollar, ja, ich könnte mir ein Lamborghini für 100.000 kaufen oder ich könnte mir dieses Buch für 1,90 Dollar kaufen. Und der Wert, den ich aus diesem Buch ziehen würde, wäre das Tausendfache von dem Wert, der mir ein Lamborghini bringen würde. Dieses Buch ist wirklich life-changing, das ist ein Genie, ah, dieses Buch ist so gut. Und du kriegst dieses Buch für keine 10 Euro, dafür kriegst du so viel, ah, ich kann dieses Buch nicht beschreiben, das ist einfach genial. Also wirklich, du liest dieses Buch und dieses Konzept darin ist so powerful, ist so krass und es ist für mich eine der größten krassen Lösungen, die ich hier gelesen habe. Und gleichzeitig zeigt er dir durch die Art, wie er schreibt, was er damit meint. Und du erfährst, was er damit meint. Deswegen sind diese Bücher jetzt und auch A New Earth absolut genial, göttlich. Die sind so Hammer, unten in der Beschreibung, wie gesagt, drin. Diese beiden Bücher muss man gelesen haben, meiner Meinung nach. Deswegen kriegen die auch so weit vorne Plätze. Meine Nummer 1, A New Earth von Eckhart Tolle. Und der ist sowieso, mein Gott, guckt euch mal YouTube-Videos von dem an. Der ist so klasse, der hat so einen subtilen Humor. Es ist so ein genialer Typ. Genau, meine Nummer 1, A New Earth. So, das war es auch schon. Am Ende noch ein bisschen gerantet, weil es echt so ein verdammt gutes Buch ist. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie von hinten nach vorne meine Begeisterung mehr wurde. Das sind meine Top 10. Wie gesagt, unten sind die Links zu den Büchern drin. Könnt ihr aber gucken, was war, auf welchem Platz und wo kann ich es mir besorgen, wenn ich es lesen will. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Büchern, Batz, in die Kommentare. Ansonsten shared einfach das Video und spreadet die Informationen über das ganze Internet. Und ich freue mich wirklich. Danke fürs Zuhören, euch demnächst wieder zu sehen. Bis dann.